Wenn wir runter gesprungen werden. Achso. Mit den Steppelschulen kannst du natürlich hier landen. Ich glaube nicht. Oh, okay. Ich bin ja gesehen mit Steppelschulen. Bei mir ist die Fahne hinter uns. Bei mir ist er hinter uns. Bei mir auch, aber ich weiß nicht, was für eine Quest ich jetzt aktiviert habe. Weil es wechselt da immer, wenn wir einen. Hier ist was für Clinch. Hier sind es im Neck. Was braucht das jetzt? Was denn? Der ist weg. Was ist das? Was ist das? Hä? Ich habe Angst, der kann teleportieren. Ich habe eine Waffenkiste. Hä? Ich habe Angst vor dem... Vor wem denn? Der kann teleportieren. Wo ist... Wo ist der Waffe? Ist doch gar nichts drin hier. Warte mal. Nein. Oh, scheiße, ich muss rücken. Der ist... Ich hätte da ran sollen. Ich hätte mir dagegen gewandt. Hast du mich immer... Bei dir tut er richtig Werte. Bei wem? Wegen Heilen? Ja. Habe ich auch schon festgestellt. Du heilst, das steht da, aber irgendwie... Jetzt habe ich so eine beschissene Waffe bekommen von dir. Ne, ich nehme erst mal eine andere Waffe. Boah, sie hat doch... Boah, ich brauche auch ganz viel Eis. Hier ist ein Auto. Und eine Waffenkiste. Ich weiß zwar nicht, für was wir die Waffenkisten brauchen, aber wir nehmen ja nicht. Was ist denn eine Waffenkiste? Ich habe gerade irgendeine aufgeladen. Jener steigt sich da rein und kommt mal ein Stück zurück hier. Wir haben eine Waffenkiste hinten. Ich weiß nicht, die da hinten wurde. Ich sage immer mal keinen Fehler, wenn wir das hier verloren gehen. Die sind dann immer wieder da, oder? Keine Ahnung. Ne. Komm mal her mit dem Auto. Ne, hier kann ich den Splitt nehmen. Ich habe auch noch eine. Und hinter mir ist ein Zombie, glaube ich. Ich sage mal, ne? Wieder. Wieder. Hast du drinnen? Hast du drinnen, oder ne? Ich habe sie drinnen. Komm noch ein Stück weiter hinterher. Ja, ja. Ja, warte. Ich habe erst mal auf den Clinch gewartet. Funko, bitte. So, ich steige gut ein und fahren wir geradeaus weiter. Da gibt es auch was zum Einsammeln. Vielleicht ist das auch noch eine Kiste. Wie weit? 370 Meter. Was? 370 Meter? Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt auch zum Einsammeln. Sicher? Ja. Ich. Habt ihr nicht auf der Karte? Nein. Meinst du dieses kleine weiße Häkchen? Gut, aussammeln. Äh, aussteigen. Was? Aussteigen. Welche Quest hast du denn jetzt? Oder warte mal, ich versuche mal dagegen zu fahren. Äh, gut. Ne, weil links von uns häkt er an 310 Meter. Was zum Aufsammeln. Wie soll man überhaupt da durchkommen? Warte mal kürzen. Ach, weißt du, die Waffenkisten brauchen wir bloß zwei. Die sollen wir bei der Hauptquest abgeben. Warte mal. Warte mal, ich hab ja weggefunden. Ja, das recht ist hier. Bei der Hauptquest hast du recht, das ist was zum Aufheben. Aber wir haben zwei Waffenkisten mit. Wer lädt hier nach? Ich ja. Was da hält? Die müssen wir abgeben in 359 Metern. Ja. Ja. Irgendwie kann das sein, dass... Ne, du bist nie bei der Hauptquest. Deswegen. Wo bin ich denn? Du bist bei der zweiten Quest. Deswegen. Du bist bei Todeswunsch. Wir sind bei Schattenverfolgung. Ach, wieso denn? Das ist total falsch. Ne, also nach meiner Karte muss ich jetzt hier laufen. Ja, weil wir alle was anderes haben. Ach so. Ach so. Also machen wir jetzt erst vom 1 oder wie? Ich weiß es nicht, welches machen wir denn dort? Ich weiß es nicht. Das sind Migrationskisten auch hinter uns. Hm. Das hat... Schattenverfolgung. Mach mal den. Das sind dann 107 Meter. Mach was, mach was. Kann das sein, dass ich schon wieder falsch bin? Ja 100, das fahren 60 Meter, weil da sind wieder diese Schützen, muss man aufpassen. Fahr langsamer. Noch langsamer? Ja, fahr weiter. Jetzt muss ich nach links. So, hier. Kannst du? Hast du eine Arbeit schon recht? Schneller fahr jetzt. Schneller fahr jetzt. Hier müssen wir doch mal rein. Ja genau dort. Wo rein? Hier? Hier, wo der Ende rumliegt. Genau dort, wo du gerade guckst. Hier rein. Ne, da fahrne ich mich auch wieder. Ne, 76 Meter. Achso, das meinst du. Aber wo dann weiter, weiß ich nicht, ob das hier oben irgendwo ist. Wir werden ja sehen, wo der Weg uns hinführt. Wir haben doch hier eine Karte. Wir entfernen uns derbe. Ja, aber hier ist ein Weg. Vielleicht führt er uns ja wieder hin. Ja, wenn du komplett andersrum langfahrend wurdest, können wir gar nicht. Und wo andersrum? Ja genau in eine Richtung lang. Warte mal, da fahr ich mal kurz rückwärts. So, gut. Dann tun leid es mich jetzt. Ich fahr langsam. Das ist gut. Deshalb kann ich aber auch nicht schießen. Ja, da muss... Ja, scheiße. Ich hab ne Waffe schon aktiviert, aber... Muss sagen, dann schießen. Immer auf der Straße bleiben. Es kommt halt ne Abbiegung. Welche Richtung? Jetzt ist der rechts. Äh, das war, wo wir gerade waren. Ne, jetzt rechts rein. Da waren wir gerade. Rechts rein. Ja, fahr einfach jetzt. Es wird ja geleitet. Jetzt... Ach, hier hoch müssen wir. Siehst du das? Rechts. Irgendeiner Schnauftier kann das sein? Irgendeiner Schnau. Ich ja. Jetzt nehmen wir die Straße entlang und dann müssen wir da sein. Ja, ja. Sag mal, kann das sein, dass sich jeder verfolgt wünscht? Ja. Ich hab dich drüber gewöhnt. Ist mein Kumpel. Auch so ein Bimbo, ja. Okay, raus, ja. Dort steht ein Schnau. Kann das sein? Okay, der hat sich teleportiert. Geil, die können sich teleportieren. Ne, ohne Schei... Geil, die heben. Alles weg. Wartet mal. Waffen raus. Heute war eure Waffen raus. Heute war eure Waffen raus. Ja, ich schwisch. Aufstieg! Glückwunsch! Danke! Auf dem Dach will ich mal vorne nehmen, aber... Mann, da kommst du nicht so... Ist der tot auf dem Dach? Nee. Aber der Sven ist damit tot, aber ich werd dich nie erreichen. Du musst doch nicht. Der auf dem Dach ist nicht. Was denkst du? Das ist ja ein Redbars. Ähm... Kann das sein, dass wir hier jetzt gerade die Hauptmission machen? Ja. Nee. Weiß ich nie. Oh, jetzt bin die Ohr weg. Ich hab den bloß weggerammt. Gibt's doch mal ne Möglichkeit dazu, wenn man ein bisschen mehr Munition mit sich nehmen kann? Ähm... Das weiß ich nie. Äh... Äh... Hier oben? Hinter dir! 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 Gut. Ähm, hab ich jetzt gerade schon gefragt, ob wir da die Hauptmission gerade machen? Ja, hast du gerade gefragt, aber die ist jetzt in der FBI und die ist in der Fallen. Der ist weg, gut. Ich komm jetzt auch mal mit nach oben. Ist nicht gut, ist nicht... Ah, hier ist ne Werkbank, das ist nämlich gut, ich wollte nämlich mal... Wo denn? Wo ist die Werkbank? Hier drinnen, Umbau. Hier drinnen, Umbau. Wurde ja angezeigt. Hier oben ist ne gefährliche böse Sichel. Ähm, guck ich, da brauch ich eigentlich... Kann ich diese Hand auf... Nee. Oder? Wie seid denn hier reingekommen? Unten. Durch die Tür. Hier gibt's kein unten. Doch, gibt's. Was? Ausweis... Moment. Ich sag's ja nur nicht, sondern warum mit der Stelle... Ich hab keinen Ausweis. Wo? Ich hab auch keinen Ausweis. Hier auf meiner Seite gegenüber. Ach, da bist du sehr... An der Wand. Ah, dieser Binnenwand, ja. Ah, ich seh'n. Oh, cool. Kann ich aber nicht machen. Kann ich nicht haben. Schade. Oh, cool. Ach, auch Level 41, ey. Und wo? Hier gegenüber an der... Holzpinnmann. Der hier. So, der Holzpinnmann, cool. Kann ich nicht tragen, ist das ne Scheiße. Versuch mal das Auto hier zu rennen. Na? Gibt's hier irgendwo Munition noch? Ne, aber... Äh, ich klopf's nie. Oh, jetzt ein Headdy, ey. Jetzt ein Headder. Mitten ins Ohr schießen. Ja, wohin jetzt denn? Todeswunsch. Ey, warte mal. Ich gucke mal, ich guck mal. Ja, das Wunsch. Ja, lass mal. Ja, mach mal ein Todeswunsch, ja. Ja? audschneid Ah no. Wie ist es denn, erst mal weiter. Hmm. Mach was. Fahr weiter. Fahr weiter. Dirk, für hinten bereit halten. Pass. Fassen gut. Boah. Ich kann nix machen, Dirk. Ich kann nix machen, Dirk. Ich kann nix machen. Ach du sitzt ja so rum. Ja, das ist... Ach so, naja, das ist ja... Das ist ja kein Pick. Das ist ja kein Pick. Fahr oben drin und ihr uns mal vorne hin? Ja, fahr oben. Dirk, bist du in der Mitte? Wir sind wieder vorbei gefahren. Du durfst... Du durfst... Du durfst nicht so... Du durfst nicht so nah rein...